So, guten Morgen zusammen. Weiß jemand was vom Rest? So, jetzt fehlen uns hier noch ein paar Kameras. Wäre sehr schön, wenn sich noch ein paar dazuschalten würden. Außer die, die mir jetzt schon ein E-Mail geschickt haben, so dass sich jetzt hier also diese große Galerie öffnet. Guten Morgen Heiko, guten Morgen Detlef, naja, es ist ja schon fast Mittag. Guten Morgen Bettina, ich grüße euch alle ganz herzlich. Guten Morgen Jakob, hallo. Nachdem wir uns jetzt hier an diesem doch anstrengenden Tag zusammengefunden haben, lasst uns doch erstmal mit einer Auflockerungsübung beginnen. Und zwar dem Stieglitz. Was soll denn der Stieglitz sein? Der ist doch schon längst weg. Erhebt euch. Nö, nö. Darauf möchte ich an dieser Stelle ebenfalls verzichten. Also gut, dann können wir jetzt anfangen. Äh, da die Zeit eh schon knapp ist, kommen wir gleich zum eigentlichen Thema mit dazu. Und das wäre... Alright, ich wollte heute über... Tut mir leid für die Verspätung, ich war gerade noch eine Runde joggen. Ist dein Ernst gerade mit dazu? Ist dein Ernst gerade? Also ich meine... Ne, ich will jetzt auch gar nichts hören. Das ist einfach so. Einfach nicht möglich. Ja, wie seht ihr das? Wie seht ihr denn das mit dem Hygienekonzept? Ja, der Lernstand leidet natürlich erheblich, aber so ein Distanzunterricht via MS Teams hat ja auch seine Vorteile, ne? Also beispielsweise muss man nicht ständig auf das Hygienekonzept hinweisen, weil für solche Aktionen wie das Einklatschen auf den Gängen, das natürlich zur Durchmischung beiträgt, äh, habe ich persönlich wenig Verständnis. Ja, okay, aber es gibt ja Desinfektionsmittel mit Reinigungsalkoholen, wie Isopropanol und so weiter. Habe ich da gerade Alkohol gehört? Also es wäre ja eigentlich mal ein ganz interessantes Experiment, was jetzt mit so jemandem passieren würde, der dann also so ein Desinfektionsmittel trinkt. Ja, also Desinfektionsmittel würde ich jetzt nicht zwingend trinken, aber mit Wodka hätte ich jetzt kein Problem. Naja, da stellt sich natürlich die Frage, ob das so eine gesunde Ernährung ist, ne? Aber gut. Kommen wir zur Zendora. Das ist wirklich unfassbar, diese Klasse, ja? Es gibt ungefähr vier Schüler, die ihre Hausaufgaben wirklich gewissenhaft auch machen, ja? Sag ich ganz ehrlich mit dazu, aber ich kriege da wirklich Herzrasen. Gerade heute um drei Uhr nachts wieder, konnte ich nicht schlafen, ist mir scheißegal, was ihr von mir jetzt denkt. Ja, also da musst du mal überlegen, ob du vielleicht zu wenig REM-Schlaf hast. Also da gibt es ein ganz tolles Buch von Matthew Walker, Why We Sleep. Also das ist so eine ganz tolle Sache. Schau mal ganz kurz, sonst so fallen hier gleich 80% in den Tiefschlaf. Kleiner Scherz. Oh, hallo. Mein Mikrofon scheint wieder zu gehen. So, dann kannst du dich ja jetzt auch konstruktiv an der Diskussion beteiligen. Mach mal einen Vorschlag. Also in der Politik ist es so geregelt, dass die kommunistisch geprägte SED, Oh, Christoph, bist du im Legoland? Das ist ja lustig. Alright, folks, so we're slowly running out of time again. So let's get some more ideas. Also ich hab da ein paar Regeln für meinen Unterricht. Also Regel Nummer 1, ihr seid hier, weil ihr was lernen wollt. Regel Nummer 2, wir machen hier was gemeinsam. Und Regel Nummer 3, ich bin für euch da. Hervorragend, Alex. Vielleicht hat noch jemand ne Idee, hat noch jemand Fragen. Leute, ich mach das so nicht mit, wenn hier nix vorangeht, ehrlich. Und make me feel very uncomfortable. Oh, tut mir leid, ich weiß die falsche Besprechung. Wo finde ich denn die 10 C's aus? Alright, so, from the beginning. Does anybody have an idea? Kommt Kinder, raus aus dem Meeting. Oh, sorry, mein Fehler. Hä? Ey Leute, noch einmal und ich schwör's euch. Ich habe gehört, dass es hier ein Treffen gibt. Ich und mein sehr geschätzter Kollege Grießmeier dachten uns, wir müssen unbedingt dabei sein. Oh, hello. Schön, euch wieder zu sehen. Das ist ja eine Ehre, sie mal kennenzulernen. Ich habe schon sehr viel über sie gehört. Ne Leute, so mache ich das hier nicht mehr mit. Ich möchte mich auch gar nicht aufregen. Ich stehe da drüber. Ich bin dann mal weg. Was ist bloß passiert? Wisst ihr, was hilft, wenn man ein bisschen Energie braucht? Der Stieglitz. Oh no. Alle raus! Oh, danke. Vielen Dank.